Einmeldung! Halloween nervt! Weihnachten ist geiler! Quatsch! Hier sind... Jophies 10! Gründe, warum Halloween geiler ist als Weihnachten! 1! Man kriegt keine Socken geschenkt! 2! Roseliga als jedes Monster ist der Kaufhaus-Weihnachtsmann! Komm, setz dich auf meinen Schoß! Nein! Dinge in Klopapier einzupacken, ist günstiger als Geschenkpapier! 4! In Kürbisse kann man lustige Fratzen schnitzen! Oma hat mich immer verstört angeguckt, als ich das bei der Weihnachtsgans gemacht hab! 5! Apropos Omas, die Zombies an Halloween erzählen einem nicht, dass früher alles besser war! 6! Besser als Plätzchen backen, als Streich, wem in den Garten kacken! 7! Mein Teufelskostüm ist an Halloween der Hit! An Heiligabend in der Kirche wurde sofort der Exorzist gerufen! Ach! An Halloween sind die Kinder verkleidet, aber immerhin singen sie nicht Oh du Fröhliche! Nein! Praktisch! Wenn du nicht das kriegst, was du dir wünschst, sieht man unter der Zombie-Maske nicht deine Tränen! Und bevor wir zu Platz 10 kommen... Abonniert Zobi, er isst ganz gut! Tim! Süßigkeiten an Halloween sind einfach besser! Noch nie wollte jemanden mir tauschen, wenn ich Marzipankugeln hatte! Was findest du an Halloween geil? Schreib's in die Kommentare! Ich find Kürbis ganz geil, aber wenn der ein Loch hat...